Okay, nochmal. Willkommen zu einem neuen Part Dragon Ball Z Budokai Tanksheet 2. Ich dachte, das war erstens, ich wäre jetzt in der Namix Saga, da ich das mit der Was-Wäre-Wenn-Story auch überspringe jetzt, da ich einmal nicht weiterkomme. Und probiere jetzt erstmal Lost Slug Terror der Invasoren auf Level 3. Ich bin das auf 3 durchspielend und nicht leichter. Also von daher bleib ich dabei. Lost Slug. Ein böser Namix, der unbedingt das Universum erobern will, ist auf der Erde angekommen, Lost Slug. Nachdem er durch die Dragon Balls seine Jugend zurückgewonnen hat, greift er den Planeten an. Die Z-Kämpfer machen sich auf diese neue Bedrohung zu bekämpfen, doch. Einer nach dem anderen müssen die Mutigen Helden sich Lost Slugs die Mindermacht beugen. Als alle Hoffnung verloren scheint, wechselt Rukus Mut, den Sporteilchen in ihm. So, Leute, ich bin schon mal ne weiter, ne? Ach, da bin ich. Hier, gucken wir mal, was hier in der Stadt so ist. Bistr Satan. Wenn du einen stärkeren Feind besiegst, dann bist du Erfahrung. Okay. Was hat der denn jetzt? So ein bisschen früh, oder? Ich meinte nicht, dass er jetzt nicht leben sollte, aber verdammt. verdammt das gedrückt nachher ich bin noch nicht ganz wach, habe ich den Eindruck ich werde schon mal auf uns laufen und aufs laufen auch wurden noch einen controller, wa? definitiv heute neun hör auf in die Fasche hör auf in die Fasche hör auf ne, da kann schon, hör auf zu spinnen, ey je, was schaust du so, ich schaust dich tot ähm, fass uns doch evolution set, okay, das heißt ich muss wieder auswählen ein habe nicht zu sein scheint so, heiligen schaust ich da natürlich auch und dann nehme ich noch hier das finde ich gerade 10 da wird ihn je noch so okay explosion 2 okay, wir versuchen was let's go so ein bisschen warm spielen hier an den Faschmännern wenn die mir bestimmt auswählen wenn die mir bestimmt auswählen werden wow, there you are okay, da ist ja auch okay, da machen wir mal ein bisschen Aude Lukas den Platz sichern. Was? Meine Fresse, der haut aber zu. Alter. Ich glaube, ich bin schon wieder so ausübungen. Nervt mich nicht. Ich glaube, ich glaube, ich bin schon wieder so ausübungen. Ich fühle mich vor euch. Diese. Reicht. Ich bin jetzt genug verarscht. Mein. Abflucht. Reicht aber. Na. Blut jetzt. Das reicht mir, ey. Das reicht! Wenn der mich schon so verarscht, nicht wie so was später passiert. Vor allem gegen diesen Lodschlag. Warum... Ich hätte meinen Schlägen keine Wirken, ey. Was zum... Jaja. Was zum... Was zum... Abflug. Was zum... 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 klar und los geht's ich hatte einen hätte der schein noch ausrüsten sollen dann hätte er auch ein bisschen davon gekriegt abflug nahm ich jahle verdammt zu spät da ist der dragon boss fach meinte kredi lässt sich von dir schlagen du schwechding Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nichts da. Der Abflug. Press den Kick hier. Und tschüss. So, nochmal ein paar Kombos. Eigentlich wollte ich da fliegen. Verdammt, bis da so... Jetzt aber. Destruct to this. Daneben. Du bist nicht mal wert, ein Teil der Schild zu bekämpfen, Kleiner. Werd' erst mal erwachsen. Das war ja einfach als erwartet. Aber der richtige Kampf kommt erst noch. Deutschland harten Trainings ist da Goku und dem unermüdlichen Deutschland nicht gewachsen. Ist alle auch noch verloren? Naja, sprechen kann ich später. Ja. Und diesmal werde ich Jin-chan ein bisschen ausrüsten. Wie gesagt, wegen der Web und so. Goku kämpft er bitter gegen Slug, doch der böse Namek lässt sich nicht aufhalten. Hahaha, mehr hast du nicht gebieten. Und ich hatte gehofft, I-Talicin wäre eine Herausforderung. Er ist stark. Ah, okay, ich hab jetzt dann nicht mehr dabei. Gut, dann halt die Litten. Lotion Set. Jetzt noch ein Heiligenschein. Nö. Okay. Und Batsch ist es. Namekianer gegen Namekianer. Das ist auch gut. Ready? Fly! Drei. 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 Drei.